Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir von dem Kalender den 4 auf. Das vierte Türchen. Herzlich willkommen bei Family Fernweh. So, wir haben erstmal das von gestern zusammengebaut. Das sieht jetzt so aus. Und dann haben wir noch einen extra Teil dazu. Von der Schule. Das ist von der Schule. So, mit welchen Kalender haben wir das? 11. Du willst mit Elsa. Die Lotte macht jetzt Harry Potter. Gucken wir mal schon mal an Elsa rein. Wo ist da die Papier? Fertig, was ist da drin? Sagst du uns schon mal? Oh, wieder eine Anna. Aber wir haben den Fokus mal gesehen, dass da verschiedene immer drin sind. Da ist nämlich die Elsa drin. Ja, jetzt will natürlich jeder die Elsa haben, ne? Aber es ist einfach nur Schokolade. Sieh Anna. Ich will die Elsa. Ja, okay. So. Papa, auf. Papa, auf. Haben wir jetzt keins mehr. So, und was war drin bei Harry Potter? Ähm. Was ist das? Wo ist denn das Türchen? Müssen wir mal gucken, was auf dem Torhof ist. Ach okay, guck mal, wieder was zusammenbasteln. Ein Besen, eine Schaufel, drei Briefe. Was ist das andere? Weiß man nicht. Wir haben wahrscheinlich am Ende des Kalenders erfahren. So, machen wir jetzt mit Baby Born weiter. Mhm. Seht ihr die vier? Warte an. Hier? Ja. Kriegst du es hin oder soll ich das machen? Mama. Das ist ein großes Türchen heute. Ich weiß nicht, was da drin ist. Nee, was denn? Weiß nicht. Ja, weiß keiner, ne? Lass uns jetzt überraschen. Oh, ist nochmal eingepackt. Ich weiß, was das ist. Was ist das denn? Ein Pulli für den Lukas. Da machen wir auf. Wo ist bei dir die vier? Schuhe für den Lukas. Da ist die vier. Hier ist Schuhe für den Lukas. Ach, sind die süß. Oh, mit einem kleinen Schneemann. Oh, die sind ja echt gut. Ich passe sie mal an. Mach mal. Dann können wir uns gleich das Ergebnis anschauen. So. Oh, kleine Teile. Haben wir einmal ein Shampoo. Ah, nee, eine Sonnenmilch. Eine Sonnenmilch und ein kleiner Seestern. Und ist gut? Und weg ist sie. So, machen wir noch hier Kinderschokolade auf. Die kriegt der Papa. Nein, ich. Weil er hat ja heute noch keine Schokolade. Oh. So, da ist wieder ein Kinder-Countschild. Und sehe ich schon. Kinder-Country-Mini. So sieht das aus dem Barbie-Kalender aus. So, da haben wir den Lukas. Der hat die Mütze vom gestrigen Tag an. Steht den gut. Und hier sind seine neuen Schuhe. Wow, Lukas. Das sieht ja gut aus. Richtig schick. Das war's mit dem vierten Türchen. Dann sehen wir uns wann wieder? Morgen. Und welches Türchen machen wir dann auf? Das fünfte. Genau. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.